Halt, schieß... Boom! Schön schaut's aus. Guck mal, ey. Servus zusammen, willkommen auf meinem Kanal und bei... Subnautica. Gleich geht's hier mal mit übelster Stimmung los. Das Ambiente macht's natürlich schon. So, so genial. Es ist einfach so genial. Es macht so Laune. Diese Basis ist einfach... Upsala. Ist einfach super. Aber obwohl ich seh' gerade, wir brauchen wieder... Kann ich die fangen? Jawollo. Essen? Ja, nehm' ich auch mal mit. Und ich brauche noch... Da gehen wir jetzt gleich hin. Ich möchte mal nur schnell schauen, ist das ne Höhle? Ah, okay. Interessant. Interessant. Ich möchte eigentlich so'n Blasenfisch nochmal haben. Wir schwimmen jetzt gleich nach unten. Wir hören wieder unsere Freunde, die... Rifttiere. So, ich schwimme jetzt mal da rein. Beziehungsweise scanne das mal, was auch immer das ist. Ah, ich glaube... Bio-Reaktor-Fragment. Ja, da kriegt man auch Strom her. Und heute machen wir jetzt als erstes unsere Taucherflasche, unsere Verbesserte. Da muss ich jetzt nur noch ein bisschen schauen, was wir da nochmal alles brauchen. Mal kurz reingucken. So, Blasenfisch. Servus. Danke. Ah. Ich will die ganze Zeit mit E da rein. Und mit E steckt nur den Mist weg. So, Moment. Wasser, Wasser, Wasser. Im letzten Video habe ich mich auch gefragt, wo man die Energie sieht. Anscheinend bin ich komplett nicht... Habe ich komplett die Möglichkeit verlernt, auf dem Bildschirm zu schauen, weil hier oben steht's ja. Aber gut. Jetzt weiß ich's. So, ich hab's dann auch mal beim Schneiden des Videos gesehen. Äh, Taucherflasche. Genau. Die normale braucht drei Titanen. Moment. Ich habe gar keinen Super. Habe ich hier noch eins? Nö, natürlich auch nicht. Das heißt, ich muss nicht Titanen sammeln. Hier waren doch irgendwo Frackteile. Warte mal. Warte. Genau vor mir. Frackteile, Frackteile. Kann ich da irgendwas davon nehmen? Anscheinend nicht. Kann ich das... Ah, hey! Das kann ich scannen. Laboratisch. Sehr schön. Wow. Hä? Das habe ich schon. Das kriege ich jetzt genau. Das habe ich schon. Habe ich schon. Was ich jetzt mal gern noch machen würde. Ich würde mal schnell warte. Ich mache mal kurz mein Inventar leer. Gehe dann zurück zu meiner... Ja, ja. Ich weiß. Alles gut, Kalle. Ähm. Moment. Ich tue da jetzt mal alles schnell rüber, was ich so habe. Ich weiß, was reinpasst. So, und jetzt fahre ich mal schnell rüber. Zu meiner Rettungskapsel. Und hole mal nur alles, was drüben ist. Das hat einfach den Grund, ich möchte ja meine Base zu einer Base machen. Und ohne das Zeug wird es schwierig. Dementsprechend. Wäre es, glaube ich, gar nicht so dumm. Was war denn das gerade? Ah. Bin ein bisschen schneller. Aber es braucht dann Energie. Lass ich es mal weg. Dieses Schwimmen hier. Oh, komm. Schon mir jetzt gleich jagt. Ich will das. Danke. Sorry. Jetzt jagt er mich. Haha. Super Typ. So. Jetzt lassen wir mal schnell schauen. Was haben wir denn hier noch alles drin? Oh, lol. Mega viel Silikongummi. So. Essen noch. Tischkorallen. Leuchtfackeln. Okay. Was habe ich denn noch draußen? Was habe ich hier noch? Kupfer. Das brauche ich nicht. Das schaut halt schon auch übel aus, gell. So. Dann nehme ich jetzt den Rest mit. Was halt wirklich was bringt. Weil. Soll ja schon auch Sinn machen. Nehmen wir das Schwefel mit. Schwefel mit. Das Kreaturnei kann ich auch. Nehmen wir nur das Silikongummi mit. Obwohl das ist eigentlich wirklich nicht wichtig. Das kriege ich auch beim Rest. Sonst habe ich nichts, oder? Jetzt warte mal ganz kurz. Was habe ich denn jetzt hier noch für Baupläne? Für den Bioreaktor brauche ich aber nur Zeug, oder? Wo ist er denn? Da. Bioreaktor eins von zwei. Das heißt, da brauche ich nur eins. Laboratisch habe ich schon. Der kostet nur zwei Titanen. Aufzeichnungen. Warst du das? Ja, ja. Ja, gut. Da steht jetzt wirklich was drin, was mir weiterhilft. Datenbank. Blau. Baupläne. Was habe ich hier? Energiebioreaktor. Ja, da kann ich dann irgendwelches organische Material reinhauen. Von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsicherer empfangen. Aber bei beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten werden gespeichert und analysiert. Jo. Es gibt nur einen einzigen Ort, der so ausschaut. Im gesamten Meer. Ja. Auf ca. Da sieht man übrigens, da kann man sich... Es gibt eine ganze Enzyklopädie über das Zeug. Also echt interessant. War der West-Nord-Westlich? Wo ist den Norden? Wäre jetzt nicht schlecht, gell? Kann ich mir irgendeinen Kompass holen? Außer ich bin wieder blind und man sieht es irgendwo. Aber ich glaube diesmal wirklich nicht. Medi-Kit. Warte mal, das kann ich ja gleich nehmen. Erzifix jetzt. Danke. Boah, ja schauen. Kann ich irgendein Gerät bauen? Deswegen Kompass ist es nicht, oder? Sieht nicht danach aus. Schade. Aber ich könnte mich hier gleich die Taucherflasche bauen. Warte mal. Wenn ich eh schon dabei bin. Ich brauche drei Titanen. Ja, ich habe keinen Titan. Doch, ich habe doch das Zeug gesammelt. Wollte auch gerade sagen hier. Bin doch nicht blöd. Jetzt habe ich die Taucherflasche. Dann brauche ich... Was brauche ich denn noch? Ach Gott, das braucht zu viel. Warte mal. Boah, habe ich jetzt viel Essen bekommen? Ja, Himmel. Ähm, dann brauche ich... Achso, ja, natürlich. Ich muss nur Wasser saufen. Vital Signs stabilisieren. Ja, ja, alles gut. Geräte. So ein Signalbruch hier habe ich. Werkzeug. Boah, ja nicht. Ähm... Glas, Titan und Silbererz. Geh, geh mal schnell. Silbererz habe ich glaube ich drüben in der... Oh, echt. Ja, das habe ich drüben in der Homebase. Aber West... Nordwest... Wäre halt jetzt interessant, wo das wäre, ne? Ja, jetzt fahren wir erstmal wieder. Zurück. West-Nordwestlich. Toll, das ist... Schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber gut. Das ist wirklich schwierig. Aber gut. Okay, Schrott. Ob er da einen Ruckler gehabt hat. Schrott zum... Zu ihren Algen. Und dann kann ich mir da immer Titan ziehen. Also das ist eigentlich ziemlich geil. So, jetzt nochmal. Ich brauche... Glas mal zwei. Titan mal vier. Und Silbererz einmal. Alles klar. Silbererz, never. Titan mal vier. Und Glas, oder? Bin jetzt auf dem falschen Dampfer. Jetzt warte mal schnell. Ich brauche hier was zum Verstauen nochmal. Eine... Aboig. Wand spinnt. Wir machen mal so. Nahrung plus zwei. Okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der wird eh verfaulen. So wie ich das kenne. Ich brauche Quarz, weil ich so Eisen Weil ich Eisen brauche Weil ich Tut das weh, wenn ich da durchschwimme? Schauen wir schnell Okay, ja, es tut weh Ah, ich sehe nichts mehr Oh lol, hey Das hat ja gut weh getan Aber es regeneriert sich auch schnell wieder Kann ich die weg Kann ich die wegschneiden? Äh Hoppala Ne Sieht nicht danach aus Braucht Quarz Boah, die leuchten Geil, nur nicht sehen, dass sie leuchten Was? Schau an Salz Kann man 30 Sekunden Guck dir mal Aber halt kein Höhlensystem hier Das ist blöde Servus Ich finde es interessant, dass sie mich eigentlich im Grundprinzip gerade in Ruhe lassen Ich sehe hier halt fast nichts, gell Das ist schon echt nervig Oh lol Oh lol geht es hier tief runter und es ist alles grün. Na toll, und jetzt? Oh, es soll mal wieder hell werden jetzt. Okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren. An meinem Sonargerät da. Hier müsste es doch was geben. Ha, schon, Quartz. Ich mach einfach mal mit hier. Kupfer. Ah. So. Ich hab doch hier grad nur irgendwo einen Stein gesehen, oder? Ist doch da, mein Gott. Glaubst du, dass mich die Dinger nerven? Ich seh halt echt wenig. Okay, Quartz hab ich jetzt. Jetzt müssen wir es zumindest mit der Towerflasche mal hier hinaun. Schauen wir mal. So, und dann können wir auch mal ein bisschen tiefer runter. Geh mal nicht auf die Nerven hier, ne? Guter Kerl. Ist ja Nachbarn. Wir müssen lernen, miteinander rauszukommen. Das hat sonst keinen Wert. Das hat sonst keinen Wert. So, Glas. Abgesehen davon, hau ich mir jetzt aber auch gleich mal ein Spind hin. Warte mal. So, da. Den Knall und Sklammer hier nebenhin. Oder auch nicht. Ich hab doch alles. Spind. Das ist mal provisorisch, dass ich... Ja, ob die Möglichkeit hab. So, Glas. Aber immer noch eins. Mei, oh mei. Glas, Glas, Glas. So. Genau, dann... Titan mal 4 und Silber. Silber, jetzt hab ich doch. Hm, komisch. Okay, ähm, und Titan. Brauch nur Titan und was noch? Mein Gott, Hirnwiedersieb. Nur nur Titan. Okay. Wollen wir nur schnell was. Komm, ihr habt's doch hier immer irgendwo Schrott rumliegen, Leute. Macht mir noch so mal Bock. Bockt sich immer was vom Nachbarn? Das waren zwei. Geh mal nicht auf den Sack jetzt. Ich suche nur Schrott. Menschens, Kinder, du. Da, siehst du. Als ob das so schwer gewesen wär. Wir machen da ein Drama drum. Geh weiter jetzt. Geh weiter. Irgendwann hängt er mal hier drin, ey. Ich seh ich hier kommen. Aber das juckt mich gar nicht hier. Da kann er, kann er sonst dran kommen. Ich bin ein armer Schlucker. Ich brauch das halt einfach. So, jetzt müsste ich es haben. Sehr. Sober. Was? Cheese! Boom! Schön, schauts aus! Hör mal! Strahlenschutzanzug! Ok, jetzt warte mal schnell Warte Braute ja gar nicht, ich trottel Ja Kinder, sag mal Bist du laut So, hier Strahlenschutzanzug, Fasergewebe und Blei Ok Kreislauf Tauchgerät Schwarzer Haustoff vom Tieftauchen Absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft Kabelsatz und Fasergewebe Wie kann ich noch mit Fasergewebe herstellen? Schlingpflanzenproben Und was brauche ich dann noch? Kabelsatz Kabelsatz braucht nur zweimal Silbe jetzt Nur in Anführungszeichen Ok Schauen wir mal schnell, ob unsere Kinder wieder da sind Da sind sie ja Wo ist die Mutter? Wo ist die Mutter? Ja Leute, wo ist die Mutter? Nicht da oder was? Ja mein Leben und ich habe Standbild Aber wahrscheinlich weil hier unten das Biom lädt Da ist die Mutter Geh mal her da Geh mal da her Geh mal da her So, wo hast du deine Sind denn deine blauen Dinger, wo ich da naufhacken kann? Ja, gib er Ruhe, mein Gott du Hä? Der hat gar keine Oh, vielleicht kriege ich da an dem Felsen was Oh, da ist er nochmal 2 Ah, super Ernie und Bär, Servus Heiß frisch Kinders geht es hier tief runter Ah ja So Gut, dass wir jetzt die große Taucherflasche haben Kupfer brauche ich nicht, die braucht Silber Da ist ja nochmal einer nochmal Kupfer Hä? Was ist das bei ihm schon? Keine Zeit Das glaube ich ja äter Das glaube ich ja äter Hä? Das war alles? So, aber Bist heute sparsam unterwegs, oder? Ja, gehen wir erstmal zu dem Oh, ich brauche eine Ist das ätzend So Kupfer Weißt, Kupfer haben sie ohne Hände Jetzt seh ich grad Lol Der ist eingestochen Ja, leck mich am Arsch Wie viel sind wir eigentlich schon? 22 Ja, Gottes Ich vergesse Beim Subnautica Spielen vergesse ich immer Zeit Das ist echt schrecklich Wäre ich auch mal ja Zeit für Für Einen Stream Ok, hier ist nichts mehr Achso, der ist schon fetzen, der ist shit Na, Mist Da musst du bestimmt dann was geben Schau aber erstmal was der hat Wenn es der ist Vielleicht ist das da der falsche Der schaut schon abgefarmt aus Ja Ist zu da Hast du nur was? Hast du nur was? Schauen wir mal schnell Der ist nur, da ist noch was drauf Seht da ganz hinten seh ich schon mal eins Die sind alle echt spaßig unterwegs Oh Äh, ja Ich brauche Energiequellen A Battery Ei, ei, ei Frag mich In dem Game Ob die Dinger größer werden Oder ob die immer so klein bleiben Aber dann verschwinden Ja, ok Dann wird ein theoretisch die andere verschwinden Und dann wird es wieder im Gleichgewicht bleiben Davon gehe ich mal aus Spannend, gell? Aber ich frage mich auch zwischendrin Wie tief es da runter geht Hä, wait Ah Tja Komplett Orientierung verloren Oh Homies, come on Braucht ganz dringender Batterie Da die früher dran denken müssen Und ich habe eine Nachricht auf meinem Sender Aber ich muss jetzt auch schon mal schauen Dass ich mich Dass ich mich wappne Ähm, so, jetzt warte mal Ich brauche eine Batterie Da brauche ich nur noch Säurepilze schnell Ja, die mitnehmen können König Trottl Ich müsste mal schauen, ob ich vielleicht sogar zweimal Blei habe Weil dann könnte ich mir gleich so einen Strahlenschutzanzug holen Das ist ein Kreatur, nein Nehmen wir mal mit Oh, aber mehr mit hier Inventar voll Oh lol So Ich werde wahrscheinlich wieder leicht überziehen Es tut mir leid, aber in dem Game So, Batterie So, jetzt A5 Raus damit, 5 R Hä Ah, hier Und dann auswählen So Wow Okay, geiles Bild Hab ich den schon gefarmt? Wahrscheinlich Ne, den hab ich noch nicht gefarmt Juuu, komm Silber Nein Nein Wo hast du dich Silber? Komm Sei nicht zu geizig Der ist wenigstens mal bissl Scheiße Inventar voll Freude nicht Ich hab so viel Kupfer hier Warte mal schnell Warte mal schnell Oh, Kinders Das braun Das ist so nicht Das kann auch alles neu So Ja, sieht man den? Wow, warte mal schnell Oh nein, da komm ich nicht hin Aber man sieht ihn von der Seite Oh, jetzt kommt grad gleich mega geile Bild Oh, edel Geil Geil Das taugt mir so Ah So wieder bei 28 Minuten Das gibt's gar nicht Komm Da taue ich jetzt nur schnell hin mit euch Und dann Ist rum für heut Sonst wird das nix Ja Halt der Gorschen I know Da komm ich nicht rein Aufschneiden Da brauche ich das Werkzeug Okay, das muss ich mal gleich mal merken Ah, das sind schon 100 Läuft Jetzt nochmal ab zur Basis Und dann Dann machen wir das Lassen wir das für heut War aber schon was Erfolgreiches soweit So Und Mit dem Ausblick von dieser Seite hier verabschiede ich mich Wie erst sein weiter sucht von uns Adios Und ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr ja lasst ein Like da lasst ein Abo da Wenn ihr mehr sehen wollt Und wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn's wieder losgeht in Subnautica Bis denn Ciao Raoul Kem Ne Du Du Ver Кол Ja 옆 Bis zum nächsten Mal.